Ein 19-jähriger Mann ist am Samstag in den frühen Morgenstunden in Graz durch einen Bauchstich getötet worden. Wie Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, auf Anfrage sagt, sei der Mann schwer verletzt aufgefunden worden und kurze Zeit später verstorben. Wo sich der Tatort befindet, ob auf offener Straße oder in einer Wohnung, war vorerst unklar. Die Ermittlungen laufen, heißt es. Die Lage sei derzeit noch sehr unübersichtlich, erklärte Bacher am Vormittag. Auch über den genauen Hergang und den Täter gab es vorerst noch keine Informationen.